Moin liebe Freunde, seid gegrüßt, recht herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Schön, dass ihr dabei seid. Heute habe ich für euch das neue Album Arrivé von Mortel. Das Ganze natürlich in der limitierten Fanbox zum Unboxing für euch von mir wie gewohnt. Ja Freunde, heute ist Freitag der 13. also um genau zu sagen Freitag der 13.7. Und heute ist das neue Album von Mortel erschienen. Ich habe mir die Box natürlich wieder mal bei Amazon vorbestellt. Die kostet da zur Zeit um die 33 Euro. Link zur Box, zur CD und zum MP3 Download gibt es selbstverständlich unten in der Videobeschreibung. Schaut einfach mal nach. Und ich würde sagen Freunde, wir starten mit dem Unboxing. Als erstes entfernen wir uns mal die Folie. Wir schauen uns das Box-Design an und dann schauen wir rein. Also alles wie gewohnt bei mir auf dem Kanal. Freunde, ihr kennt mich ja. Deswegen als erstes die Folie ab. In der Zeit könnt ihr mir wieder gerne irgendwas in die Kommentare schreiben. Egal was ihr wollt. Sei es über den Künstler, sei es über mich. Ihr könnt mich auch beleidigen. Wie ihr wollt Freunde, schreibt mir irgendwas rein. So, Zeit ist um Freunde. Die Box ist offen. Also die Folie ist ab. Und jetzt schauen wir uns natürlich das Design an. Wir haben eine komplett weiße Box. Wirklich cool gemacht. Vorne drauf sehen wir das riesengroße Mortel Logo. Und das ist hier richtig reingeprägt. Also ihr seht das schon. Richtig reingestanzt. Das Grau. Da unten der Albumtitel Arrivé. Richtig cooles Design. Schlicht gehalten, aber gefällt mir. Auf der Unterseite haben wir eine Flamme. Auf der rechten Seite steht nochmal Mortel. Auf der Oberseite haben wir wieder diese Flamme. Und auf der rechten Seite finden wir ebenfalls nochmal Mortel. Okay. Hier hinten nochmal die Flamme. Und der Barcode ist ja natürlich auch zu finden. Das heißt, die Box gibt es natürlich auch im Handel. Fragt wie gesagt mal einfach bei Saturn oder Mediamarkt nach. Die haben meistens immer noch Boxen auf Lager. Also falls die bei Amazon ausverkauft sein sollte, fragt einfach mal danach. Die haben immer noch irgendwie welche da. Okay. Das war das Box Design. Wie gesagt, schlicht gehalten. Reicht auch völlig aus. Jetzt wollen wir natürlich in die Box reinschauen. Wir haben auf jeden Fall schon mal eine zweiteilige zusammenhängende Standard-Deluxe-Box. Kriege ich das jetzt hier auf, oder nicht? Ach nee, okay. Ist keine Standard-Deluxe-Box, sondern die ist nie zusammenhängend, sondern zwei Teile. Okay. Cool gemacht. Hier seht ihr das auch nochmal, dass das richtig reingestanzt ist. Das Logo. Cool. Also wirklich schlichtes, einfaches Design. Als erstes haben wir das Album. Dann haben wir, äh, oder ist das das Album? Okay, nee, also ich glaube, das ist hier die Bonus-CD. Okay, also Bonus-CD. Dann die Instrumental-CD. Was für ein krankes Bild, Freunde. Alter. Okay. Ein Aufkleber. Noch einen Aufkleber. Oh, eine Autogramm-Karte. Sehr nice. Original unterschrieben. Sehr schön. Gefällt mir. Wir haben Peps drin. Okay. Und ein T-Shirt. Haben wir noch was drin? Ein Poster. Okay. Also, Poster noch. Das sind die ganzen Inhalte der Box zum Album Arrivé. Arrivé, was heißt das eigentlich, Freunde? Könnt ihr mir das gerne mal unten in die Kommentare schreiben, wenn ihr wisst, was das heißt. Arrivé. Ich weiß es wirklich nicht. Schreibt es mir einfach mal unten in die Kommentare, wenn ihr es wisst. So, das T-Shirt schauen wir uns selbstverständlich zum Schluss an. Den Rest lege ich euch erstmal in die Übersicht. Also, ich komme immer noch nicht auf das Bild klar, Freunde. Das ist ja total krank. Ich meine, das geht ja noch. Das sieht jetzt ein bisschen alienartig aus. Aber das? Alter. Ja gut, okay. Also, erstmal alles schön in die Übersicht. Hier muss ich jetzt auch wieder sagen, Freunde. Das Design, ich dachte vorhin gerade erst, das geht wieder durch die ganze Box. Durch alles ein bisschen Abwechslung. Es sind unterschiedliche, wie soll ich sagen, unterschiedliche, ähm, wie soll ich denn sagen? Ja, unterschiedliche Bilder. Also, ihr guckt nie überall gleich. Gerade hier. Also, das finde ich schon mal sehr gut. Weil ich mag das nicht, wenn ein und selbes Cover zum Beispiel immer mehrfach in der Box vorkommt. Also, ein bisschen Abwechslung ist schon immer gut. Also, finde ich. Deswegen schon mal gut gemacht. Okay, Freunde. Mit was starten wir denn als erstes? Jetzt, ich würde sagen, wir schauen uns als erstes die, ähm, Peps an. Arrivé steht hier vorne drauf. Habt ihr, ähm, ich kenne mich damit absolut nicht aus, Freunde. Ich weiß, dass hier die Tipps sind. Und hier halt eben das Papier zum Drehen. Ihr wisst, was man damit drehen kann. Ich persönlich kann es jetzt gar nicht gebrauchen. Ist aber auch öfter in den Boxen drin. Aber gut, okay. Also, ja. Also, ich sag, halt Peps und, ähm, die Tipps dazu. Dann schauen wir uns als nächstes, Freunde, die beiden Aufkleber an. Da haben wir einmal einen wirklich schönen Großen mit dem Mortell-Logo. Darunter steht auch nochmal ein Mortell. Der sieht wirklich richtig nice aus. Gefällt mir. Schöne Größe. Leider nur einer wieder mal. Ich weiß, das muss ich jedes Mal bemängeln. Aber, ja, Freunde, wenn einfach ein paar Aufkleber mehr drin sind, traut man sich die auch zu verkleben. Und will die dann nicht aufheben. Also, werde ich das aufheben. Werde ich natürlich nicht verkleben. Und natürlich nochmal ein Aufkleber vom Album-Titel. Arrivé. Sehr nice. Leider alles, ja, leider immer bloß einmal. Aber gut, okay. Zwei Aufkleber. Dann haben wir als nächstes eine Autogrammkarte. Schwarz-Weiß-Bild. Gefällt mir sehr gut. Ich mag Autogrammkarten, wenn die ja, also dieses Schwarz-Weiß gemacht sind. Richtig cool. Und natürlich Original-Unterschrieben, Freunde. Das ist immer wichtig. Richtig nice. Ist so ein wirklich cooles Bild. Und Rückseite unbedruckt. So sollte das auf jeden Fall sein bei einer richtigen Autogrammkarte. Gefällt mir. Also wirklich nice. Richtig cool. Stark. Gefällt mir. Als nächstes, Freunde, schauen wir uns das Poster an. Ich hoffe, ich kriege das jetzt eingefangen. Ich habe eigentlich gar keine wirkliche Lust, heute umzubauen. Also ich werde das heute einfach mal so machen, Freunde. Ich habe jetzt keine Lust groß. Aber das ist nicht allzu groß, das Poster. Also hier haben wir einmal den, wie soll ich sagen, den Alien-Mortel. Das ist von der CD hier vorne drauf. Also das ist wirklich, äh, ja ich weiß nicht mehr. Das ist schon irgendwie krass. Also ich weiß nicht. Sieht schon krank aus. Also, okay, also immer das Motiv. Guter Druck auf jeden Fall. Kann man nichts sagen. Gute Fotoqualität. Absolut. Also nie verpixelt, nie verschwommen. Also wirklich richtig nice. Natürlich ist es auch gut, dass es nicht zu groß ist. Weil sonst verpixelt das ja dann immer die Fotos hier. Das ist eine gute Größe. Deswegen hat man da natürlich auch eine sehr gute, ähm, ja. Bildqualität. Sehr nice. Und auf der Rückseite, okay, da haben wir nochmal das Bild. Das hätte ich jetzt besser gefunden fast. Haben wir jetzt nochmal das von, das war glaube ich, die EP hier. Genau, die EP ist das. Da haben wir nochmal das Bild von der EP. Nochmal komplett nur, dass hier jetzt schwarze Farbe runterläuft. Auf dem Alien Mortell. Okay. Ja, coole Sache. Wie gesagt, die Größe ist vollkommen okay. Also riesengroße Poster brauchen wir sich nicht zu meinen. Da ist ja irgendwann die Wand voll. Sie hat mir extra viel Platz für ein paar andere Poster. Coole Sache. Doppelseitig bedruckt. Gute Foto- und Druckqualität. Absolut nice. Kann ich nichts dran sagen. Als nächstes, Freunde, schauen wir uns die Instrument. Instrumental CD an, mit diesem Bild hier. Ach, der hat hier Krillz drin. Jetzt sehe ich das gerade, okay. Jetzt habe ich vorhin gar nicht richtig gesehen, dass hier die Krillz drin ist. Instrumental. Und ja, fummelt sich im Mund rum. Äh, komisch. Gut, okay. So, sieht die CD aus. Auch cool gemacht hier oben mit dem Mortell-Logo. Gefällt mir sehr gut. Das war die Instrumental-CD. Wir machen weiter mit der Bonus-IP. Und hier, Freunde, gibt es erstmal einen Daumen hoch, denn die Bonus-IP ist einfach mal in der richtigen Hülle drin. Sondern hier einfach nur uns im billigen Pappschuber, wie es eigentlich in jeder Box ist. Sondern in der richtigen Hülle. Wie gesagt, wirklich Daumen hoch dafür. Richtig nice. Mortell hat es begriffen. Und, Freunde, ich gebe da nochmal einen Daumen hoch. Denn auf der Bonus-IP sind einfach elf Songs drauf. Also da kann man eigentlich sagen, es ist nochmal ein Album an sich. Mit dem Hauptalbum hat man schon 14 Songs. Jetzt nochmal elf. Also insgesamt 25 Songs, Freunde. Das ist echt jede Menge. Richtig krass. Feature-Gäste lese ich euch jetzt nicht alle vor, Freunde. Die kann ich alle nicht aussprechen. Ihr könnt euch ja gerne an der Stelle mal anhalten. Und euch die Feature-Gäste durchlesen. Shadow sagt mir jetzt als einzigster was. Also Shadow 030, wenn es der ist. Ansonsten die anderen. Ja, Schande über mich. Ich weiß, es ist mir jetzt aber auch gerade sowas von egal, Leute. Ha! Äh, gut. So, schauen wir mal rein. So sieht die CD aus. Muss ich da ein bisschen aufpassen. Hier haben wir nochmal ein Bild von Mortel, wie ihn noch mehr Farbe übers Gesicht läuft. Okay. Und hier haben wir so ein, ja, also ein Bucklet, also ein Bucklet, nee, eher so ein Einlegeplättchen. Das schauen wir uns natürlich nochmal an. Wir haben hier nochmal die ganzen Songs aufgelistet. Und hier haben wir nochmal ein Bild von Mortel mit weißer Maske und im Hintergrund dieser Mercedes-G-Klasse. Das ist das Laub Mercedes-G-Klasse zu sehen. Okay. Cool gemacht. Wie gesagt, wirklich richtig krass. Die Bonus-IP in der richtigen Hülle und natürlich elf Songs drauf. Richtig krass. Die Bonus-IP. Wir machen weiter mit dem Hauptalbum. Und hier, Freunde, schreibt mir gerne mal unten in die Kommentare. Hashtag Alien Mortel. Das ist jetzt nicht böse gemeint, Freunde. Auch das Bild sieht einfach so krass aus. Ich komme da nicht drauf klar. Also krass. Wir haben auf dem Album 14 Songs. Feature-Gäste sind unter anderem, ich hoffe, man sieht es richtig, Luciano, dann B166Z, Haftbefehl, Machanda, Unique, Unique sagt mir was, Haftbefehl, Luciano auch. Ähm, Haze, Amar, Haze sagt mir auch was. Saphir ist ja mit drauf. Und Rola oder Rola. Okay. Also ich vermisse jetzt hier Flair. Dachte eigentlich, Flair wäre vielleicht mit drauf. Aber gut, okay. Trotzdem stark. Gute Features auf jeden Fall mit drauf. So sieht die CD aus. Krass gemacht, wieder mit dem Logo jetzt hier. Das ist wirklich cool gemacht, gefällt mir sehr gut. Alter, ja was zum Teufel passt hier perfekt. Das ist schon wieder so ein krankes Bild. Freunde, könnt ihr mir mal sagen, was mit dem los ist? Krass, also ein weißer Teufel. Okay. Jetzt schauen wir uns noch das Bucklet an. Ich seh dich. Ähm, so. Ich sag jetzt nochmal das Bild an. Ja gut, okay, das ist genauso krank. Äh, ja Freunde. Also, hier haben wir jetzt nochmal die Songs aufgelistet. Und nochmal ein paar Bilder von Motel drin. Okay, hier wird immer mehr Farbe. Das Ganze in schwarz-weiß. Sehr, alter. Krass. Das sieht richtig krank aus. Okay, okay. Hier haben wir nochmal ein schönes Bild. Im Gegensatz zu den anderen. Von der Autogrammkarte kennen wir schon das Bild. Sehr nice. Das ist doch. Also die anderen sind auch krass, aber die sind halt absolut krank. Keine Ahnung, was jetzt. Äh, ja gut. Okay, das Bucklet, Freunde. Cool gemacht, was zu euch anderen sagen. Die CD muss ich natürlich auch wieder reinmachen. So, das war die Mucke. Jetzt kommen wir natürlich noch zum Highlight der Box. Zu dem T-Shirt. Okay, das sieht wirklich sehr groß aus. Was ist denn das für eine Größe? Das T-Shirt ist in der Größe L. 100% Cotton. Und Made in Honduras. Okay. Gilden Heavy Cotton. Okay. Hier vorne drauf haben wir nochmal das große Motel-Logo. Sieht wirklich richtig gut aus. So silberglänzend. Jetzt nehmen wir einen Zoom ein bisschen raus, dass ihr es auch komplett seht. In voller Pracht. Richtig gut. Der Druck sieht auch stabil aus. Also er wird ein paar Wäsche halten. Ja, denke ich schon. Gucken. Geruchsprobe. Stinken tut es, naja, minimal würde ich sagen. Nicht so schlimm wie manche andere T-Shirts. Also das geht. Und hier unten haben wir nochmal Motel. Okay. Wirklich nice. Oh, und die Rückseite ist auch Bedruck, Freunde. Das ist natürlich extrem selten und natürlich extrem geil. Hier haben wir nochmal den Album-Titel. Und wieder diese Flamme. Flamme. Also vorne und hinten bedruckt. Richtig nice. Gefällt mir. Aber wie gesagt, der Druck, Freunde. Ja, vielleicht wird er zwei, drei Wäsche halten. Aber ich bin nicht ganz von überzeugt, ob der dauerhaft hält. Das sieht sehr dünn aus irgendwie. Also, ja, das wird man sehen. Okay. Aber trotzdem, coole Sache. Vorne ein großes, schönes Motel-Logo drauf finden. Nochmal der Album-Titel. Also nice. Gefällt mir. Sehr schön. Ja, Freunde. Das war's schon wieder. Wir sind durch mit der Box. Ich lege euch natürlich nochmal alles in die Übersicht. Also, ihr bekommt in der Box zum Album RV das T-Shirt. Doppelseitig bedruckt. Vorne und hinten. Sehr nice. Dann natürlich das Album mit 14 Songs. Dann die Bonus-EP mit 11 zusätzlichen Songs. Also insgesamt 25 Songs. Also jede Menge Mucke. Wirklich richtig nice. Das Ganze in der richtigen Hülle. Wirklich richtig cool. Dann die Instrumental-CD mit diesem verstörenden Bild. Aber es gefällt mir irgendwie immer besser, Freunde. Umso mehr ich mir das angucke. Wirklich cool. Also, ja, nice. Natürlich die Box an sich, wo die ganzen Inhalte drinnen aufbewahrt werden. Dann ein doppelseitiges Poster. Doppelseitig bedrucktes Poster. Die Autogrammkarte. Original unterschrieben. Wirklich cooles Bild. Gefällt mir sehr gut. Wirklich richtig schöne Autogrammkarte. Dann die beiden Aufkleber. Und die Peps. Das Ganze für 33 Euro, Freunde, muss ich sagen, ist wirklich eine absolut gute Box vom Inhalt her. Wirklich gute Qualität. Kann man absolut nie meckern eigentlich, muss ich sagen. Jede Menge Mucke. Vor allen Dingen, das ist ja immer das Wichtige mit in so einer Box drinnen. Wenn man schon was dafür bezahlt, will man ja vielleicht eine extra Mucke haben. Klar, man will auch cooles Zeug dazu haben. Aber hier ist einfach nochmal extra Mucke. Also elf Tracks zusätzlich. Wirklich richtig nice. Ja, gute Box. Kann ich euch eigentlich wirklich nur empfehlen. Ins Album werde ich mir jetzt gleich mal einen CD-Player reinhalten. Beziehungsweise mir das auf Amazon anhören. Und werde mir mal ein Bild zur Musik machen von Mortel. Ansonsten, Freunde, hoffe ich, das Video hat euch gefallen. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr darüber freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben da lasst. Und mir natürlich was Nettes unten in die Kommentare schreibt. Und wenn ihr vielleicht das erste Mal ein Video von mir gesehen habt, in Zukunft kein Video mehr verpassen wollt, Freunde, dann habt ihr die Chance, hier rechts unten in der Ecke meinen Kanal zu abonnieren. Glocke aktivieren nicht vergessen. Und ihr kriegt jetzt mal deine Benachrichtigung, wenn ich ein neues Video hochlade. Ja, das war es uns soweit, Freunde. Wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin, haut rein und ciao, ciao. Bis dahin, haut rein.